Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zur Mittelerde, Schatten von Mordor. Wir haben im letzten Part Saurons Statue zerstört. Das ist das große Monument beim Schwarzen Tor. Ich stehe in deiner Schuld. Sauron und die schwarze Hand und alle sind davon vermutlich nicht begeistert. Das heißt, wir werden erst mal ein bisschen weitermachen, bevor wir uns da stellen. Oh nein. Oh nein, das ist das Grausliche. Yes. Was ist das, ja? Nee. Isten in der Luft. Das ist das. Das ist ein Blatt. Ich lege die Scheisse. Nicht eigentlich gar nicht. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. als gefälligste anstatt da rumzuspucken um eu 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 Oh, wasser? Fuck! Oh my. Ah, ich hasse die. Da halten die auch ganz schön viele aus, wenn man das sieht. Oh, ich hab ihn hier. Danke. Oh. Oh, ich hab ihn. Oh, ich hab ihn. Was ist das, ja? Mistvieh, ja. Todesdrohung, bessere Ausrüstung, Brandpfeil, auch nicht schlecht. Verbesser die Geisterbetäubung, auch nicht schlecht. Widerstandskraft. Erstmal machen wir das hier. Oh, wir haben gleich zwei, gut dann nehmen wir beides. Jetzt halten wir einen zusätzlichen Treffer aus, bevor die Serie zurückgesetzt wird. Und wir brauchen nur noch 5 statt 8. Perfekt. So, was haben wir hier noch? Eine Herausforderung für den Bogen. Der Bogen ist eine wichtige Waffe. Oh ne, ich glaube ich weiß schon was das ist. Können wir das überhaupt machen? Da gab es doch Probleme oder nicht? Müssen wir da stehen bleiben und irgendwie ein paar von denen erledigen? Okay, hier haben wir schon gekillt. Aber eigentlich müsste es viel mehr sein, schließlich haben wir dir einen Brand gesetzt. Also scheinbar haben wir das überlebt. Ist das da unten noch irgendwas? Wo willst du denn hin, ne? Geht das auch, wenn wir... Wenn die Gier sind? Ich dachte, mich doch dringend! Hilfe, sterben! Schnellbleiben! Ich hab ihn verbereicht! Alle gebunden! Yes! Auf Fokus! Ja! Jetzt zählen die auf, hm? Ich tätest du! Ich tätest du! So, wie machen wir die anderen Brand? Man sieht die halt nicht richtig, ne? Oh! Boot! Nur noch drei! Lassen Sie sich doch irgendwann mal zwei Kennern geben! Geht so was? Nur noch zwei! Nur noch einer! Komm schon! Zeigt's euch! Ach, da ist er ja! Geschafft! Er ist gefährlich! Direkt aber in Panik, wenn er brennt! Das kriegen wir, glaub ich, hin! Also, Anzünden kriegen wir schon hin! Das ist nicht zu schwer! Da ist er! Da ist er! Sehr schön! Da ist er! Das ist nämlich ein Feuer! Wo willst du denn hin? Du kannst es mir nicht anhaben! Kann ich nicht? Nein! Wirklich nicht! Oh nein! Dieses meine ich nicht! Nee, 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 nee! Ah, und wenn schon! Wir haben ihn schon erledigt! Wir sind wieder weg! Wir haben ihn schon erledigt! Wir sind wieder weg! Da bin ich! Okay! Was sagt die Zeit jetzt? Na, wir haben noch Zeit! Was können wir denn noch machen? Da gibt's noch eine Herausforderung für den Dolch! Auch der ist sehr wichtig! Dann kriegen wir hoffentlich auch irgendwann einen richtigen Dolch! Sehr praktisch nämlich das Zeugnis hier noch, weil es fünf Treffer sind! Genauso viele wie wir jetzt brauchen, um eine vollständige Trefferserie zu haben! Irgendwo eine Ratte? Nein, die brauchen wir nämlich noch! So, wir müssen da auf die andere Seite! Endlich! Es muss auch Zeit! Schützen durch Schleichttötungen! Wir finden wieder eine Vorsprungstötung! Okay! All diese bleitscheidenden Verpesten gelopft noch fest und machen! Das ist gar nicht mal so übel! Das sind so viele, dass es denen nicht mal auffallen würde, wenn eine oder zwei fehlen! Wenn jemand auf Folter nennt! Aber trotzdem! Es ist ermöglicht, jemanden zu schreien und sicherzugehen, dass sie keinen Ärger machen! Das war doch ein Geräusch! Allerdings! Das war nun mal herz! Wir müssen die Sklavenmeister in den Mienen! Wir müssen hier! Habt ihr das gehört? Ah, jetzt sind sie zu zweit hier oben auf einmal! Da hat auch einer gespawnt! Was? Habt ihr das gehört? Drei erledigt! Die Sklaven haben heute hart gearbeitet! Die fleischigsten Sklaven! Die ich helfe! Willst du sie morgen immer noch umbringen? Gut, das heißt, ohne Alarm auszulösen. Das heißt, sie dürfen uns theoretisch schon sehen. Sie dürfen es nur niemandem sagen. Aber unten sind leider die. Oh, das ist natürlich auch gut. So kommen wir auch schnell hier rüber. Okay, komm. Oh, oh. Nö, nö, niemand schleicht hier umher. Na, hier kommen wir nächstes hoch. Ja. Es gibt keine Pfeile mehr. Warte. Das ist dann wahrscheinlich erledigt. Achso, wir sollen sie auch durch Schleichtötungen killen. Deshalb geht nichts weiter. Ah, schon klar. Feigild eben nicht. Dreh dich um. Dreh dich um. Dreh dich um. Ja, drehe dich um. Ah. Jetzt müssen wir auf den warten. Wenn wir außen herum gehen, dreht der auch um. Das sehe ich schon voran. Oder auch nicht. Halt! Ich habe etwas gesehen! Wenn die Flammen geworfen hat, dies will ich sie dann auch ins Feuer machen. Jetzt sind sie nicht mehr so glücklich. Ups. So, wir gehen gleich mal für den Wunsch. Trudy going. Töte den Weißläufer! Einen Schlaf! Das hat der Hoffmann gesagt. Ich werde diesen Tag... Lohn aufhalten! Doch glaubt ja nicht, dass ich meinen Lohn mit euch teile! Es wird keinen Lohn geben! Erledigt. Was haben wir noch? Da ist nochmal eine Herausforderung für den Dolch. Der Geist! Ja, das ist unser Stichwort, ne? Schleichthürtungen aus, ohne entdeckt zu werden. Und das ist noch schwieriger, weil die dürfen uns nicht entdecken. Vorher war es, ähm... Vorher war es ohne Alarm auszulösen, jetzt ist es ohne entdeckt zu werden. Da müssen wir erst einmal gehen, sonst kriegen wir nicht beide weg auf einmal. Ich hab gestern den größten Grauen getötet, den du dir vorstellen kannst. Oh oh! Nicht das schon wieder! Ich hab es nicht genug! Ja, da sind wir schon entdeckt. Ich hol weg, aber ich sterbe! Ich sterbe! Ich sterbe! Ich sterbe! Ich sterbe! Ich sterbe! Schauen sie sich die ganze Zeit an und damit sind sie geschützt. Die da hinten sind auch sehr gut geschützt. Super, das ist leider verbrannt. Oh oh. Das gilt noch nicht, er ist entdeckt. Sollten drei auch noch von oben kämen. Ich hab keine Angst vor Karagor. Der Nächsten, den ich sehe, werde ich zureißen. Oh. Oh, da müssen wir noch einen Schütze. Oh oh. Okay. Ah, jetzt sind beide da. Ah, vielleicht gehen sie ja weg. Okay, sie trennen sich zumindest. Hä? Warum ist das jetzt fehlgeschlagen? Warum müssen wir die in Serie so kämen? Ah, das ist dann auch schon zu Ende wieder. Das ist ja nicht okay. Einen noch. Moment! Ich rieche etwas! Oh! Oh, ne zusätzlich. Wie ist das? Das ist alles, was ich brauche. Was du brauchst ist eine Brise verstanden. Oh! 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 Schauen wir mal, wir schauen mal hier aus, da gibt es nichts Neues. Mehr Pfeile, mehr Gesundheit. Nehmen wir mal mehr Pfeile. Gut, Freunde, das war es aber wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage, bis zum nächsten Mal. Ciao.